Nach hinten Okay, erst mal ganz locker. Nach hinten Nach oben, nach vorne. Nach oben, nach vorne. Nach hinten und vor hoch und vor hoch und vor hoch und nach hinten und hinten bleiben und lösen. Jetzt holen wir den Schwung von vorne und ihr kommt mit dem Schwung des Stabes in den Sitz. Hinten anfangen und hoch. Nehmt den Schwung vom Stab mit. Genau. Richtig schön. Mit dem Schwung. Dann und hoch. Vielen Dank. Dann rechts, links. Denkt daran, der Stab ist ein bisschen länger, also wir brauchen nur ganz kurz Andorfen. Und wir legen den Stab auf die Beine. Denkt daran, der muss schön mittig liegen und deine Beine nach vorne schieben. Ihr müsst sie nicht ganz nach vorne schieben, nur so ein Stück, dass ihr schön die Bauchmuskulatur spüren. Wenn ihr merkt, ihr geht ins Hohlkreuz, weil ihr das nicht halten könnt, dann kurz vorher aufhören. Also ihr bleibt bitte mit der Wirbelsäule schön unten auf der Batte, das heißt Bauchmuskeln richtig schön anspannen. Jeder geht nur so weit, wie er es halten kann. Dann legt ihr den Stab in die Hände. Ohne ihn festzuhalten. Füße sind dicht hinter dem Po. Und dann einfach den Stab hochschieben und wieder mit dem Po runtergehen. Der Bauch schiebt den Stab nach oben. Der, der einen dicken Bauch hat, hat es einfacher, weil er muss nicht so weit hoch. Der, der gar keinen Bauch hat, muss ganz weit hoch. Der, der gar keinen Bauch hat, muss ganz weit hoch. Wir bleiben oben, kleine, kurze. Und ab. Beine lang, Arme lang. Wir kommen erst mal ohne Wackeln hoch, immer Wechselseite. Und ab. Wir kommen erst mal ohne Wackeln. Sehr gut. Jetzt sind die Beine oben. Der Oberkörper ist oben, wir wackeln. Und die Beine gehen wechselseitig immer runter. Start, wackeln. Der Oberkörper ist ein bisschen hoch. Wer Probleme mit dem Nacken hat, kann auch den Kopf unten lassen. Genau. Beine ausschütteln. Ruhig mal den Nacken so ein bisschen nach links und rechts. Den Start noch mal hoch, Beine noch mal hoch. Und jetzt Scheibenwischer rechts, links. Die Beine gehen nach rechts, die Arme nach links und anders. Schön in der Körpermitte anspannen, richtig festmachen. Nicht umfallen lassen die Beine. Ich mache jetzt nicht. Du warst aber nicht zu weit, Helena. Einfach nur ein Stück. Ich will keinen Halt. Oh, da haben wir jetzt ein Potenzial gefunden, womit ich dich quälen kann. Das nächste. Guck mal, ich habe keine Kraft dazu halten. Die fallen irgendwie wie gesagt. Das ist ein bisschen. Ich habe keine Kraft dazu.